Musik Ihr zu Hause vor dem Bildschirm. Auf der Festjagd nach Brüchen und Events sind Sie heute hier bei uns in Schwarzenhause am zweiten Apizeller Singwochenende. Aus der Region direkt ins Mikrofon. Regula Gugger. Musik Siegen ist ja ein Naturbedürfnis, ein Grundbedürfnis. Es ist die Freude am Klang, am Zusammensein, an der Gemeinschaft teilzuhaben. Es sind wenige, die einander kennen. Man geht wieder auseinander. Aber man geniesst genau die beiden Tage, die man jetzt zusammen war. Es ist ein Ausdruck von Freude, überhaupt von Stimmungen, natürlich auch traurige Stimmungen. Leid und Schmerz, das kommt auch vor. Aber doch vor allem Freude. Seelisch tut mir das sehr gut, auch wenn ich Sorgen habe und ein bisschen bedrückt bin. Im Singen kann ich alles vergessen. Singen ist alles vereint, göttlich, menschlich, einfach eine Kunst, eine Freude. Töne. Musik 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 Vielen Dank.